jawohl guck mal hier ist der rückblick aus meinem klo fenster badezimmer fenster toilette und badezimmer waren früher getrennt etwa fürchterlich also war nicht schön ist ein kleines badezimmer aber es hat ein fenster und eine tür und ich hab eins ich weiß wie viele auf der welt kein badezimmer haben ich bin sehr stolz und finde mein badezimmer sehr schick da unten meine nachbarin ach nee mein nachbar gar nicht der service fritze ja ich hab für interkulturelle menschen habe ich ein sehr großes herz ein sehr großes herz der sportplatz gefällt mir da ist immer ordentlich was los sind immer jungs am start mal ein bisschen unruhe und das weite land da sind die blühende landschaften die mir einst der dicke kanzler versprochen hat hatte wusstest du dass helmut kohl mit richtigen namen gar nicht helmut kohl hieß er hieß enoch kohen welche volksgruppe da hinten da möchte ich gerne nächstes jahr besprechen oder gar nicht besprechen auslassen weil es unwichtig ist für mich und mein glück wollte ich denn sagen noch einen klugscheißersatz zum schluss noch mit rausschmeißen ich habe das recht glücklich zu sein jawohl und die leute ringsrum um mich auch gut damit ist alles gesagt heute wird wirklich ein geiler tag denn so wie du ja introjektion verwendest verwende ich die genauso und dann ist das genauso wie ich das haben möchte das ist schon ein teil der selbst erfüllten prophezeiung ja ich bin vorsichtig damit durch die prophezeiung auszusprechen muss ja erstmal klar definieren ich habe sie schon ein bisschen definiert letzter satz dein bademantel ist spitze die farbe ist frech und pretensiös und sie zeigt dass du ein spielerisches talent hast jawohl und wenn du auch morgens ein bisschen länger brauchst und wach werden ist überhaupt gar nicht schlimm ist überhaupt gar nicht schlimm alles ist fein